Wissen sollte keine Grenzen kennen. In diesem Sinne fördert die Max-Weber-Stiftung eine dezentrale Forschung auf den Gebieten der Geistes- und Sozialwissenschaften. Mit derzeit elf wissenschaftlich unabhängigen Instituten und weiteren Projekten stehen wir weltweit für internationale Vernetzung und Verständigung. Als Brückenbauer ebenso wie als Repräsentanz für die deutsche Wissenschaft im Ausland. Ob in Beirut, Istanbul oder London, Moskau, Paris, Warschau, Tokio oder Rom, Washington, Peking oder Delhi. Die Max-Weber-Stiftung fördert an all diesen Orten Wissenschaftsvorhaben und ermöglicht jungen Forschenden sowie arrivierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ihre Projekte im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen durchzuführen. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist es, gegenseitigen Respekt und Vertrauen durch gemeinsame Forschung mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort zu festigen. Auch dort, wo die Forschungsfreiheit anderen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen unterworfen ist. Denn um die besten Ergebnisse erzielen und gleichberechtigt voneinander lernen zu können, brauchen wir dauerhaft und verlässlich einen wechselseitigen, von Vertrauen getragenen im Austausch von Forschungsergebnissen, Methoden und Konzepten. Und wir brauchen die jeweilige Regionalkompetenz, um kulturelle und wissenschaftliche Hintergründe und Entwicklungen zu begreifen und überzeugend zu vermitteln. Die Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaft ist ein ehrgeiziges Ziel, das wir seit vielen Jahren verfolgen und dem wir uns auch in Zukunft verpflichtet sehen. Mit dem Ausbau unserer Kompetenzen, unserer digitalen Forschungsinfrastrukturen, mit Dialogbereitschaft, Interdisziplinarität, Weltoffenheit und Neugier.